Gurke darf heute anfangen. Hihihihi. Hallo. Hallo. Ja ne, hallo. Willkommen zu ConnorsWire Global Offensive. Ja, ähm. Ich hab's ja schon in meinem siebten oder so. Ich weiß gar nicht, welches waren. Das ist das. Ne, das fünfte Case Opening, glaube ich. Das ich ja nur noch am Wochenende erst mal vorerst Sachen machen kann am PC. In der Woche geht das nicht. Und ja, deswegen werde ich jetzt heute, am Sonntag, versuchen ein paar Matches aufzunehmen, dass ich für die Woche ein paar Videos hab. So, am Ende ist die Gurke. Die Gurke ist da. Die Misty ist da. Der Dreckt und der Spargel. So. Keiner. Keiner. Wo gehen wir hin? Ja, genau. Was machen wir? Einfach auf B drauf. Einfach auf B drauf. Rushen und auf keinen Fall stehen bleiben. Egal, ob ihr Gegner lebt oder nicht. Oh. Oh, der hat ein HP noch, ey. Ernsthaft? Ich guck CT. Okay, ich guck nicht CT. Was, wo ist der? Äh, ne, wer ist man? Oh, hab ihn. Okay. Ich bin zwar low, aber... Oh, der war... Ach, der kommt von... Oh, der kommt noch zwei. Scheiße. Schade. Oh, die haben einen Bot? Was? Die haben zwei Bots. Was? Die haben zwei Bots. Nein, 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 nein. Das ist ein Player. Das ist ein Player. Das ist ein Player. Das ist ein Player. Einer ist ein Player, der andere ist der Bot. Ja, ja. Doch, weil dieses komische CT-Zeichen ist da nämlich. Ja, der eine hat das T-Zeichen. Äh, kann man... Ne, nicht kaufen. Eco, oder? Nein, Eco. Nein. Wir haben erst auch noch verkackt. Müssen wir Eco machen. Warum kauft ihr dann? Nee, ich weiß. Der hat ja nur Pistolen. Hm. Ja, wieder B, oder? Nee, geht mir hier über... Über Mitte. Oh Gott. Was? Da Mitte war schon was. Ja, ich bin hinter ihm. Störpuhn. Du hast das Feuer aufgeschnitten. Na? Andere ist da raus. Geh mal zurück. Ich weiß, wenn man... Von hinten. Bei. Oh Gott. Ich... Ich wäre jetzt totgeraushed. 100%. Boah, was ist das? Aber ich habe ihn gegeben. Ich habe ihn gegeben. Uah, scheiße. Ich habe ihm einen gegeben. Noch... noch eine Wunde Eco. Ja. Ja. Ich habe Bombe. Hippie. Ist eigentlich nicht so gut, aber ist ja mal egal. Ja, ob wir... Ja, wir müssen irgendwie... Wir müssen irgendwie einen Plan machen, tun. Tun machen? Ähm. Ja. Lass mal auf A aufbauen. Lass mal auf A aufbauen einfach. Lass mal auf A aufbauen einfach. Einfach probieren, auf A aufzubauen. Mit Legosteinen. Wie bitte? Mit Legosteinen. Ja klar. Auf jeden Fall. Mit Legosteinen. Du bist doch ein Mongo, Alter. Ja, wenn alle durchs Apartment zu watschen, ist das schlecht. Nicht. Nein. Oh Mann. Oh fuck. So warte, ich gehe beim Mitteln. Oh. 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 Nice. Die Admins zu inkompetent waren. Was man unter Combatlog versteht. Okay. Nice. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Ich hab... Ja, aber jetzt nur 6 Euro wäre oder so. Dann wäre das gesunken. Von der. Ich hab vorgestern Basilikum FN und Griffin FN gezogen. Nice. Warte mal soll ich, warte mal ich schmeiß mal. Wenn alle durchs Apartment dann müssen wir... Oh 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 oh. Nice. Jetzt kommen wir auch hoch hoch. Jetzt kommen wir auch durch durch. Geht mal hoch. Oh Mann, der ist eigentlich. Ich hab'n gegeben. Der ist Low. Der hat noch, der hat noch 30 AP. Warte. Ist dann. Sehr schön. So dann geht mal über... Alter Mensch, deine AK's echt geil. Geht übers Apartments und dann... Ah ne, der letzte CT seit hinten noch. Also in dem Durchgang. Ja, einer noch. Einfach runter. Er hat ne Aave, glaub ich. Er hat ne Aave, ja. Hat ne Aave. Der smoked das mal. Sehr schön. Nice. Die Jacke hab ich übrigens auch geschenkt bekommen. Willst du mir gleich die Aave droppen? Ja. Die ist echt geil. Ich find's so nice, ja. Find's halt krass, dass schon das Leute auf die Dekor mir sowas zu schenken können. Welche Kündnischen hat die? FN. Das ist hart. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Oh, ich hab die Mauer. So. So, ich pushe Apartments vor. Ich bin hinter dir. Drei, zwei. Damn. Sauber. Geben. War zu blöd hier hochzukommen. Nein, ich will hier rein. Okay. Dann gehen wir mal. B müsste clear sein. Okay, er geht da gucken. Aber das ist kein Problem. Also A scheint... Ne, wir bewachen die A. Wir gehen halt grad A, ne, deshalb. Ich weiß. Also... Ich hab euch nur sozusagen den Rücken frei gehalten. Mhm. Nice. Das Team-Kell, Leute. Gut, die können echt nicht so viel. Missy's da, ne, ja. Missy's da. Okay. Mal gucken, ob wir uns auf drei Deaths halten können. Glaub nicht. So wie... Ich bin grad einfach reingelaufen, ja. Aber meine KD ist so scheiße. Oh, dankeschön, der war das wahr. Ich hab eine Servergruppe bekommen. Ja, irgendein Abfall von oben. Ich will ein fucking Butterfly haben. Kann's dir auch schenken lassen. Äh, ne. Irgendwann... Oh, zwei, zwei, einer, das los. Warte, 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 ich will nicht. Zurück, 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 zurück. Shit. Ja, sie gibt mir erstmal die Hedgehaut. Ja, P90, Wash Waffe 100. Adi, würdest du mal eine Azimov haben? Eine AWP? Warte, meine P90. Ne, P90 Azimov finde ich nicht so schlecht. Oh, shit. Martin, wo bist du? Da, wo die Gegner sind. Ich bin zur Zeit noch auf einer Suche nach einer AWP Azimov und einem fucking Butterfly. Dann bin ich glücklich. Oh. Okay, AWP ist auf, äh... Da musst du ein bisschen... Auf dahinten. Ah, shit. Der aber steh ich auch nicht. Warte, einfach. Warte, warte, warte. Jetzt komm. LOL. Das war kranklich. Ne. LOL, wie schlecht das grad von mir war. Oh, fast ein Ace. Martin, ich hasse dich. Ihr habt schon AWP, ne? Dann kauf ich keine AWP. Ich hab dir da irgendwie hingedroppt, aber... Deagle? Ich hab gestern ein Deagle Ace gemacht. Voll gut. Oh, alter, nice. Beschäftig. Aber es war halt so echt so pures Luck, so. Es waren halt so... Alle so Panic Shots. Und alle halt immer Run Shot. Nice mal ohne Randoms zu spielen, ey. Das ist so gut. Sonst immer so Ätzend. Wenn man irgendein Random hat, der irgendeine Scheiße macht. Mindestens einer hat wieder... Mindestens zwei sind in der Bibliothek wieder. Also da bei dem Haus. Ich geh vor. Oh, hier ist was. Ich rein. Warte, 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 warte. Ich rein. Och. Ich dachte ich... Passt perfekt ab, aber ne. Grenade! Wir haben wieder Blood Bank. Warte, ich brauch mal ne Nate. Oh, da war doch einer. Oh, ne. Okay, ich hab nicht verguckt. Grenade! Ja, das war doch. Lol, Achtung, einer kommt von hinten. Der läuft einfach halt mit mir vorbei. Da war du zu mir. Ich hab seinen Teammate erschossen. Sehr schön. Nice. Ey, ich mach in der Runde wieder gar nichts. Ich mach einfach nichts. Ich bin so richtig schlecht. Okay. Die Runde macht mir grad irgendwie Spaß. Ja, irgendwie schon. Ich wünsch dir erstmal AK tauschen. Ich will noch Vulkan haben. Aber hier war... Okay, Red Laminate. Okay. Ich hab grad gedacht ne Wrestling Rebel. Ne. Das wär auch geil. Die wär nice. Ne, Red Laminate ist ja fast nix wert. Fünf oder so. Ja, ich... Du Laminate hab ich auch letztens zwei gezogen und eine geschenkt bekommen. Au, lol. Ich wurde eiskalt. Oh, scheiße. What the... Die waren Mitte oder was? Au, 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 au. Oh, scheiße. Papi. Haben wir kein Blatt hier nicht steig gemacht? Weiß, wo ist der? Zwei sind T gewesen. Ja, zwei sind grad T-slot. Ja, schaff's halt. Lol. Der hat Luck Shot. Haha. Ah, ah. Links unten. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Ah, da oben. Sieht man eigentlich die Waffe oben die Ecke? Ich bin mir da nie sicher. Ja, ich glaub schon. Also, ne, also die AK nicht, aber die Aave siehst du. Ja, die M4A1S auch. Gut, die ist ja fast dran wie die Aave. Ja, die Schalldämpfer, ja. Ich benutze eh die normale M4. Ich find die besser. Ne, aber man muss sagen, ganz ehrlich sagen, A1 hat viel mehr Vorteile. Find ich jetzt nicht so. Nicht mehr, seitdem sie so viel kostet. Oh, ich... Hä? Warum hab ich kein Money? Was soll das? Ah, ich mach mal wieder ne normale Waffe. Ich mach ne Deagle. So, jetzt kannst du ja keine Waffe kaufen? Doch, schon. Doch, kann nicht. Ich kann alles kaufen. Ich kaufe mal ne SG. Wenn ich ihn mit ne Aave kaufe, dann hätten wir echt lang. Ich kaufe nächste Runde mal ne Negev. Einfach mal ein bisschen Abwechslung hier rein kriegen jetzt mit SG. Ja, genau. In die Runde. Bin raus. Boah. Achso. Da kommt was. Loll, hab ihn. Hab ich gesehen. Aave down auf Mitte. Der ist seine Ecke. Ach, das war ein Bot. Oh. Ich darf mich... Warum lässt du mich vom Bot killen? Was? Oh Gott. Hä? Alter, das ist kein Bot. Never. Das ist kein Bot. Das ist auch kein Bot. Das ist der... Das ist der Typ, der die Bot genannt hat. Oh, ja. Wo ist denn der? I'm down. Ich hab die Bombe auf A ne, Leute? Die letzte hat ne Aave. Aber hat nur noch 30. Da, wo du gerade warst, hat er mich gekillt. Deagle! Na, Mann. Einen Eins. Was? Die Flashbang... Die Flashbang hat ihn erwischt. Meine Flashbang hat ihn getroffen. Respekt Mitchell, Respekt. Mann, wenn er einer pilgert hätte, hätte ich Flashbang kill gemacht. Das ist ja unglaublich gewesen. Hätte ich mir noch einen Treffer mitgegeben, oder? Dann hätt's was werden können. Schade, Mann. Aber der... Hä, wie kann denn die... Wie hat denn die die getroffen, Alter? Frage ich mich. Ich kann zwar an das hingeworfen. Was? 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir gegen Neger. Oh ja. Problem ist, ich bin mit der AK gewohnt immer spray down. Also auf dem Boden zielen den Kopf treten. Hm. Das geht nämlich. Wenn man sprayt. Und ich spray mit dem Ding eigentlich nur. Geht, immer叫ut Ich hab's verlern zu sprayen. Wir sind da rein gekommen. Das sind Gegner, die sich bewegen. Das haben wir Z- Untersch survived. Die glückte, err, was wir kaufen. Die- Gürkere, was s knees gekauft. Diegel, diegel. Ich mach Diegel Action. Ihr wollt F3 drücken, hab ja F4 gedrückt. Ich hab mir noch ein bisschen obergekommen. Diegel sie jetzt alle weg. Nicht nur over negev. Ein Molotow kostet auf T seid ihr ja nur 400. Na ja. Auf CT kostet er 600. Es ist ja auch kein Molotow. Ne, 600. Ich glaub du hast recht. War mir nicht ganz sicher. Im Endeffekt ist ja der selbe Effekt. Das ist nix. In der Mitte kommt auch noch nichts. Oh ja, okay. Zwei waren Banane, wa? Ja, Banane ist aber einer auf 20 HP runter. Wow. Okay, komm. Jolo Action. Lol. Hab ich ihn erwischt? Tatsächlich. Einer ist noch da. Glaub ich. Ah, scheiße. Der ist oben bei Apartments. Ich steppe und steppe und steppe. Hör dich bitte nicht so wie Michael an, wenn du redest. Hehe. Es hört sich von hier an, als würde Michael vor der Tür stehen. Ah, wer weiß wo. Lol. Wo denn? Da sieht man wie die Kugel fliegen. Wo? Wo war der? Der kam von... Der war ganz am... Der war bei A. Wett, der war... Ich steppe und steppe und steppe. Und du hast eine geile M245. Egal, ich muss... Ich... Egal, egal. Ich muss nach dem Match mal kurz aufklären. So, was machen wir? Da. Bäm? Wünsche. Ich glaube mir das heute wieder betragen. Schade. 37 und ein. Mann. Fuck. Da war die AK schneller und besser. Oh scheiße, jetzt muss ich Eko machen. Mach diegel. Ich hab die Bombe. Da hast du... Ich muss Eko machen. Wird die Bombe irgendeine Bombe geben. Ja, ich hab jetzt zwei Negev gekauft. Ah, danke. Let's go. Das ist ja der Nachteil, wenn man sich zweimal mit dem Negev kauft. Das ist scheiße. Das muss ich Eko machen. Oh, lol, die war fail. Oh, no. Oh, die AK hat ja gar keinen Skin. Achso, das ist mein Smurf, okay. Wenn jetzt hier was geflogen kommt, alter dann. Den hab ich nicht gesehen. Wie kommt man da denn hoch, ey? Einer ist am gelben Auto. Achtung. Halbalkon tot. Oh, hab ne Basilist. Pass doch. Bin die Basilist irgendwie voll hässlich. Ich glaub hier direkt zu ner Gryffin getradet. Geh mal von der Seite ran. Äh. Ja. Mütter seiner? Jetzt. Irgendein Gebäude. Scheiße ey, das Apartments. Ich dachte da guckt Martin. Er ist genau da. Genau. Der ist links um ne Ecke und dann da hinten in diesem... Nice. Da hat er ihm schön ins Gesicht geschossen. Der nutzt dir bester Schönheits-OP nichts. Wir führen mit zwei... Mit zwei äh... Sag was. Mit zwei Runden. Ich krieg wenigstens die Drecks-Mission durch. Ich will nicht die Bombe. Let's go! Ich mach bei Challenge Accepted. Only die werden in der Match-Mission. Wird mir die ganze Bombe gegeben. Ich. Muss noch in diesem Jump auf die Heuwein zu kommen. Einer kriegt Banane. Banane ist schon was. Slashen. Da kommt was. Achtung, Flash auf Banane. Achtung. Du kommst ja nicht wieder weg, Freundchen. Ich hab ihn verkackt. Rechts am Auto steht immer noch. Doch. Keiner kommt. Hab ihn. Oh Gott. Glocke. Ja? Guck mal hier in die Ecke rein. LOL. Habt ihr das Gesicht? Hä? Wo ist die... Hä? Wo ist die... Was? Wie ist die Smoke da oben hingekommen? Komm einfach planten jetzt. Achso. Auf A. Mach auf A. Versteck mich in dieser Ecke. Boah, war das schlecht. Boah, war das schlecht. Moog muss ich nochmal üben. So, wo ist jetzt? André, dein Team, ne? Boah, Mann, bin ich schlau! Oh, du! Dankeschön! Das machst du nur, um mich zu ärgern. Nein! Oh! Von wegen! LOL. Zieht euch noch ab, oder was? Was? Egal, ich hab ihn noch bekommen. Seit wann läutet denn die Glocke, wenn die Bombe hochgeht? Das war so, dass ich André noch einen mitgegeben habe, bevor er erschossen wurde. Oh, Alter! Das war jetzt auch nicht mal bei dir! Ist mir lasst mich eigentlich voll die... Hör auf mit der Scheiße! Was hast du? Hör auf mit der Scheiße! Hör auf mit der Scheiße! Ist das eigentlich extrem die CT-Map? Ich glaub ja... Nee, das war Nuke, die extrem die CT-Map war. Die hier war, äh... Mehr als 10-Plastig, aber nicht so schlimm wie Nuke. Danke! Du hast mir eine Rüstung abgezogen, Mitchell! Okay! Oh, da steht ein Aave! Warte, da ist was! Nein! Boah, ich hab's so drauf, ne? Äh... Ja, genau! Ja! Oh! Sorry! Bei diesem... Das kann man... Scheiß, lieber Fail! Boah, war ich blind, ey! Ich kann nicht's wohnen! Da, äh... Ich! Ist auch noch einer! Ach, der war... Oh, der war da oben! Einer der ist bei Apartments da! Direkt neben der Smoke! Direkt neben der Smoke? Ja, links! Was mach' ich denn da für'n Bullshit? Wie schieß' ich denn grad mit? Christ! Nice, Mitchell! Ist das ein Gut, oder was ist das für ein Knife? Ja, ein Gut! Sech' mal! Urban Masked! Ein schönes Gut-Nive! Mach' ich nicht, kannst du ja stoppen? Muss? Wir sind aber klein! Ich hab' ne Redlaminate! Grad aufgehoben! Movic! 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 M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Ich lasse dich! Ich lasse dich an! Achtung! Oh, die war Fell! Ich hab noch Flashbangs oder so, das ist nicht André. Ich weiß! Du provozierst es aber! Oh, ups! Ne, 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 da geh ich nicht raus! Da geh ich nicht raus! Leu, wo war der denn? Der ist hinter... Leu! What the fuck? Geh direkt! Martin, mach mal Eis! Einer steht hinten da, im Pit. Dings! Ist das das Pit? Hätte ich aber eigentlich wissen müssen, dass du da bist, weil das Ding gelaufen. Ich bin das Pit gar nicht auf der Map. Das Pit ist hinten da, da wo ich dem, dem mit der Flashbang getroffen hab. Gerade. Ach, da! Da ist Pit! Oh, sei es in den Wechsel? Ich geh Mitte! Ich mach Diegel! Mit Schiff! Ich geh B! Ey, okay! Ich geh A! Nein, noch kauf ich mir keine Flashbangs, keine Sorge! Und in der Pistol-Runde bitte nicht trollen! Doch! In der Pistol- die Runde brauchen wir, du Lappen! Brauchen wir nicht! Warum nicht der einzige auf B? Weil du ein Lappen bist! Mein Gott! Nein, ich laufe nicht in dich näher! Doch, mach ich! Ich hab' lieb! Was bist du für einer? Ich hab' lieb! Ich hab' lieb! Vielleicht will ich dann noch einen Rücken schließen, da weiß ich nicht! Wir sind alle Freunde, Mutter! So, ich push mal! Warte, ich wollte noch einen Rücken schießen! Ich wollte noch einen Rücken schießen! Ist nicht! Bleib doch mal stehen! Ist nicht! Muss den Rücken ballern! Ist nicht! Alter! Äh! Einer ist noch am Rücken! Oder ist noch einer? Ne! Bitte! Ja toll, weißt du Gucke toll! Toll Gucke! Toll! Extra, damit du mir die Rücken schießen kannst! Wo war der? Äh, da! Da ist es gerade gekommen! Hast du gerade kurz gesehen! Echt jetzt? Wuh! Hallo! Hallo! Schade! Warum springst du denn? Nix! Damit dich vor trifft! Einer! Mitte zwei! Genau da beide! Ja! Da! Ah! Oh! Wenn jetzt Klug wären, würden sie zurück zu A gehen! Die sind sie aber nicht! Die sind sie aber eh! Headshot wäre One-Click! Headshot ist One-Shot mit dem Ding! Nur wenn du, wenn er keinen Ausmaß! Dann muss man zielen! Ja! Und das ist... Ich würde jetzt gucken, ob da dann... Das ist unglaublich! Ist egal! Mein A ist heute nicht der Beste! Ach Quatsch! Pass schon! Ich mein, du bist... Ich bin Vorletzter! Oh mein Gott! OMG! So! Alter! Was hast du für ne Ping? WTF! Ah was? Misti! Stimmt! Sie hat ne Beste... Stimmt! Das hab ich auch gewundert! Dass sie ne so ne Kratze Ping von 7 hat! Wo wohnst du denn? Nein! Eigentlich hab ich immer ne Fünfer Ping! Was? Wo wohnst du denn ey? In Frankfurt? Nein! Nein! Ja ja! WTF! Bombe B! Banane! Bombe League Bombe! Bombe League Bombe! Ja das klar! Einer hat ganz schnell auf die Presse gekriegt! Oh fuck! Einer hat ganz schnell auf die Presse gekriegt! Komm ne! Okay, dann fang ich auch nicht auf die Presse gekriegt! Mann, Alter! Drei Banane! Ich mach's denn jetzt kaputt ey! Die drehen um! Nein! Doch! Nein! Zwei Banane! Einer ist low! Einer hat nach 20 AP! Einer hat 20 AP! Den kriegt ihr! Der ist da! Wo ist ich kriegen?! B glaub ich! Ja B! Hinter dir Steps! Hast du dich gehört? Mitch was hast du für'n Headset? Da waren Steps von der Pro! Da waren echt Steps! Da waren locker Steps aber trotzdem was hast du für'n Headset? Ein Somic G927 Pro 7.1 Und Headset! Nice! Ach ja, ich hab mir jetzt auch ein neues bestellt! Ich muss das noch! Was macht der denn da? Die Firma macht nur irgendwie drei Headset-Modelle! Oder hat nur drei gemacht! Kannst du mal noch ne Eco machen bitte? Ja! Gut! Wer hat's die der Rüstung gekauft? Ich nicht! Sag mal, eh! André, was verstehst du unter Eco? Oh mein Gott! Er kommt zuerst der Rüstung mit ne Waffe! Das ist der Behinderung! Der USB kann ich dich nicht mehr lieben! Nehmen, ey! Nimm die P2000! Ich geh Apartments rein! Nee! Nimm mich aufrecht nicht! Damit kann ich aufrecht nicht nehmen! Das ist ne Schande! Na gut, dass die jetzt noch 13 Schuss hat, ist echt ne Schande! Ich pushe mir einfach Banane, YOLO! YOLO ist weg! Oh! Oh, was denn? Oh, da hat der Bot da gekämmt! Ey! Warte mal, der hat ne Waffe, ne? Oh! 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 Schaff das nicht mehr! Lass nach! Lass nach! Lass nach in der Zeit! Ah, schade! Ich hab versucht zu fassen! Ich hab' blöd, dass beide was in leer waren! Hätt' ihr die P2000 nicht weniger Schuss gehabt, hätt' ich sie beide umgenietet! Ich sag's euch! Können wir jetzt kaufen? Äh, ja, würde ich sagen, ne? Lass auf die Gelsweiser, ich kauf gar nichts! Nö! Nö, ich weigere mich! Nein! Ich geb' kein Geld aus! Ich geb' kein Geld aus! Ich geb' kein Geld aus, nein! Komm hier! Ich geb' kein Geld aus! Geld ausgeben hier! Nö! 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 war allein dauner das war ein bisschen zu spät oh scheiße wir hätten auch 50 ap holst alle weg links ist ich wusste gar nicht dass seine ecke ist egal passt schon kriegt andré andré zieht das easy weg ist das hunder gerade gespawnt ja das ist öfter so ja der wird der switch auf a ist doch klar beste ping ever so 800er ja nice martin legt deine schwester sich wieder pornos runter nee das geht gar nicht an aber dann ist einfach an die legt ja nur hoch das war gemein das war so nur akos moment warten na ja klar du hast ja wenn er plantet jetzt kommt er weiß nicht mal wo die bombe ist der plan ist der war low oder ja der war low immer richtig gut die ist auf b die ist auf b lauf zu b nein 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 die ist nicht am verarschee doch nett alter werden zu b gerannt mann das ist echt bitter gewesen ich hab ihn noch nicht mal gehört oh mann hast du ein headset ja aber das ist neu ich hab's wirklich nicht gehört das ist neu das ist nicht das ist neu das kann ich noch nicht hören das ist zu mich meine bestimmt immer so wie er die ganze Zeit die labert die ich angeguckt gerade Alter nimm die Flasch weg du Aua Du hast mir was ins Gesicht geworfen ich wollte dir am D ins Gesicht werfen ich hab mich dazwischen gelaufen Alter Mann Mütche da kriegt ja so ne Dicke Ey voll ins Auge geglärt man Nimm dich voll in die Frisse So will ich dir aber das du für mich hinterhalten musstest Nice Mütche wie nice Nice Wieder was ich da hier sie in der Mütche Ja Mit Toni Ich stand drei Meter weg Boom Wer läuft da rechts wer läuft da rechts keiner von uns Boom Mann Leute warum bringt ihr mich um Zweite Mütche sind welche Mütche ist gar nichts Zweite Mütche Waren welche sind immer noch welche Warte warte Letzter ist zweite Mütche Ach der macht ne Autosniper Ja nimm mit Autosniper immer mit dem Warum kanns nicht Autosniper ist OP Okay Ich hab ne AWP Cotissera Auch geschenkt bekommst Oh das kriegst du alles geschenkt eh Das ist voll elfte Ja weißt du nicht Keine Ahnung Das ist eh mega Weiß ich Ich hab bis jetzt noch nie was rotes gezogen Ich auch nicht Immer nur pink, lila und blau Was mit Pink Na Pink ist so Pink ist halt Pink Pink ist halt Pink ne Death by Kick Wir gehen auf B Wir gehen auf B Ja B Leute Ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts Ich weiße Na ja der eine ist auf 60 runter Wir müssen nur die Bombe safen ne Wir müssen nur die Bombe safen Was fliegst du da hin? Die sind beide bei Banane Ja Äh André Missi Alter Oh Gott wie ich verleicht hab Missi Die sind beide low Einer 50 Einer 70 Du musst zur Bombe gehen Misti Ne warte doch André bleibt da stehen Und sie da Dann passt das Nice Ah scheiße ist ja gar keine AWP Wollte ich schon wegzucken Dann habt ihr den perfekten Sandwich Äh Spot Was jetzt nirgendwo nicht mehr raus können Ecker Müsst du nicht umdrehen Scheiße Geht auf B André Jetzt push durch Mach schnell jetzt Einfach einfach rennen Einfach laufen Oh Leute Nice Was steht der denn? Geht auf Äh wahrscheinlich das andere da noch Ja Nein safety auto Scheiße Gibst du mir die? Dann kauf ich mir ne Auto tacker Bitte 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 Danke Was willst du haben? Oh ist nix Oh okay Oh ist nix Mal gucken wie ich damit reist Womit? Mit Scout Mit Scout Mit Scout? Wir haben jetzt drei Sniper Nice Ne vier Martin hat ne Scouts Was? Hadi hat ne Aave Ich hab ne Auto tacker und Missy hat ne Auto Das sind wir haben vier Sniper Nice Was? Bis wieder B Danke Hadi Kein Problem Der hat mich umgeniedelt Bin halt ich ne Oh was? Im Lauf GKF man LOL Ooooooh Hadi rasiert hier Yippie Yippie Ehh Bäm Ha ich hab den noch getroffen durch LOL der ist da Bäm Wo schießt du hin? 4k 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 Fast n Ace Wo du hinschießt Oh scheiße Auf die Sniper kenne ich mich wirklich die Sachen nicht selber so aus So Mühe geben dann geht das auch Ja Hadi ist noch 2 Machen wir ab jetzt immer so ne ich hit die Leute an du killst dann Genau Damit es so aussieht ob ich der totale Pro bin Ich geh mal mit A Da haben wir schon mehr Zuschauer als Martin Ach der spielt schon wieder mit Ja Da war einer Hab ich aber nicht bekommen leider Ja aber ne Mütchen die hat mich leider nicht verpflicht Wo läuft der? LOL nice Ah der hat die Bombe gedroppt hier nice Warte mal Mütchen wir müssen nur hier bleiben der hat die Bombe gedroppt Jaja ich bleib safe Voll die Dut Voll die Double zu hoch Hat der ne Waffe gehabt? Ja hier Wo kommt die Licht hier Boah geil ne Schrotflinte Haha Einer rüber auch noch In der Ecke ist keiner Und gut der kämpft ja Misty guckt nach hinten Perfekt Oh sorry sorry Du hast mich da schon mega schrotten sorry Einmal ein bisschen höher Ich dachte dann nicht dass du Der ist gepusht Der ist gepusht Watt Ja so ist richtig Ja ich komm Aber da eben machst du toll auf den Boden gucken Da einer Ich mach eigentlich nie Headshot weil treff ich halt nicht weißt ja Ja aber auch mit Aave auf den Boden gucken ist dämlich Ja so Buddy halt ne so Buddy Das sind Beine Das sind Beine Das sind Beine Das sind Beine Das ist Head Und Aimer ein bisschen weiter nach links Dann kommt der von links und nicht von rechts Weißt du gar nicht Au Oh du bist da und scheiße Du kannst es denken wo war der von hinten jetzt Ja Zwei Beide Ich hab zwei weg geholt Eine Ich frage was wer der dritte ist Einer kommt noch von links Glaub ich Bei mir Warte Hier meinst du Oder von wem sprichst du jetzt Ja Von Einer ist zumindest hier reingegangen Warte zu Sieht recht clear aus hier Ah schaffen sie nicht mehr Das habt ihr Ist Saved Ist der da noch Mitchell oder schiehst du einfach so Nur Also so Los go bleib Fertig kriegen Wo bist du Oh da war doch Oh da war doch Nice Das war gar nicht ganz schlecht Willst du deine Autos nochmal wieder haben Ja Okay Bitte Bitte Kämt der ernsthaft Tee Ich glaub es nicht Ich glaub mit HAKT Ich glaub mit HAKT Ich glaub mit HAKT Let's move out So Wer kackt HAKT Nicht kackt Achso Ich glaub mit HAKT Achtung Fleisch geht raus BIP 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 Ich glaub einer gibt Oder AMD Ah man der ist auf einem anderen Punkt Okay LOL Oh nice Lackshot Warte ich klasch auch nochmal Oh scheiße Alle drei Schade Nein Zwei Banane Der ist half-half Drei Banane Drei Banane Drei Banane Das packste In der Ecke liegt Nice Das Double ist mit einem Schuss Drei Ecke hol ich Das Double mit einem Schuss Wenn jemand eine Chroma Cache bekommt Ich will die haben Ich hab eine Echt jetzt? Also wenn du sie nicht willst Ich nehm die gerne Mensch du willst noch mehr Geschenke Ne Chroma Cache Ne die Chroma Cache Ich will die unbedingt Die Chroma Cache sind sau wertvoll Ja Na noch Na gut jetzt sind sie auf 1€ Aber anfangs waren die auf 30€ Alter Ich weiß Das ist voll krass Ich hab zu blöden Zeitpunkte Ich hab zu blöden Zeitpunkten